Wie müssen Sie im TGA-Bereich häufig an der Decke Lüftungskanäle, Abwasserrohre, Kabeltrassen oder ähnliches abhängen? Dann wissen Sie, wie herausfordernd diese Arbeiten über Kopf womöglich in großer Höhe auf einer Bühne und in unbeheizter Umgebung sein können. Wir Verbindungsexperten von BELLOV haben uns diese Anforderungen in einem Projektteam im Detail angeschaut. Bereits zahlreiche Unternehmen aus dem Baubereich werden von uns mit Verbindungselementen beliefert. Unser neues Produkt DuckTec ist eine weitere innovative Verbindungslösung. Warum ist das so? DuckTec ist eine einteilige, flexible Höheneinstellung für gewindebasierte Abhängung jeglicher Art, stufen- und werkzeuglos justierbar. Versteht sich von selbst, dass diese bei den gegebenen Anforderungen zudem für hohe Lasten geeignet ist. DuckTec besteht im Wesentlichen aus einem Basiselement, an dessen Enden sich raffiniert eingebrachte Funktionselemente befinden, die eine fixe Längeneinstellung von Gewindebauteilen ermöglichen. Der DuckTec lässt sich schnell und einfach montieren. Das untere Ende wird mittels eines Sechskantschlüssels an einer Rohrschelle oder anderen Aufhängung angeschraubt. Der Sechskantschlüssel kann dabei von oben durch die Hülse bis zum Schraubenkopf durchgeschoben werden. Anschließend wird das obere Innengewinde durch Drehen des DuckTecs mit der Gewindestange verbunden, die in der Decke verbaut und fixiert ist. Danach ist es möglich, die gesamte Konstruktion um bis zu 50 mm zu justieren. Dazu wird der DuckTec von Hand gedreht. Spezielle Werkzeuge sind hierbei nicht erforderlich. Eine derartige Abhängung kann Rohre und Kanäle bis zu einem Gewicht von 100 kg tragen. Sie sind dabei immer auf der sicheren Seite, denn die Bruchlast beträgt 300 kg. DuckTec ist komplett verzinkt und somit kompatibel zu den Werkstoffen typischer Deckenbefestigungen. Die Vorteile von DuckTec liegen auf der Hand, um nicht zu sagen in der Hand. Die aufzuhängenden Rohre können schon vorab am Boden mit DuckTec versehen werden. Das spart Zeit bei der späteren Deckenmontage. Die werkzeuglose, manuelle Höheneinstellung funktioniert einfach und zeitsparend. Zeitersparnis bedeutet Kosteneinsparung. Die Vorteile bei der schnellen Montage machen DuckTec zu einem echten Partner in der TGR-Montage. Ihre Monteure werden sich über die Arbeitserleichterung freuen. Holen Sie sich DuckTec in Ihr Unternehmen und sprechen Sie mit uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen.